Oh, okay. Boah, Dix. Also, wenn wir die Skits zurücksetzen, muss man die Punkte wiederholen, oder? Ich weiss es nicht mehr. Ich schaue es, ich schaue es. Oh, was macht das nicht? Oh, was macht das? Hey, da ist ein Knopf. Mal sehen, was der Knopf macht. Oh, der Knopf macht die Tür auf, okay. Ja. Ich bin tot. Was ist das? Ah, nein. Kann man den zweiten Portal auch irgendwie bewegen? Ich bin tot. Also, ich hatte das Dings vorhin so aufgekriegt, aber... Also, ich bin so reingesprungen. Und hab dann mit dem Pfeil dagegen geschossen. Was ist hier? Was? Ah. Ich hab was. Die Dinger hier. Mit denen kann man das umlenken. Oh Gott, alter Pain. Dann hab ich ne Idee. Oh Gott, alter Pain. Oh Gott, alter Pain. Oh Gott, alter Pain. Oh Gott. Ja, wenn ich mir die Tür aufneiten dann... hä 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 hä. Na, ich kann auch selber drauf drücken. Mit dem Ding. Huuuuhuuhuuhuuhuuhuuhu. Aber, das bringt uns nichts. Hm. Aber, da... Das ist ja sonst nix, irgendwie ne Kiste oder so? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist die Rinde ne Kiste. Ne, da ist ne Kiste, aber es war noch meine eigene. Ich komm nicht mal hoch. Durch das Portal. Nein, ich mein nachher. Du kannst da was lesen, wenn du da E drückst oder so. Aber bringt irgendwie nix. Lass uns das das nächste Jahr wieder machen. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich liebe dich, Isabel. Okay. Wie zu leile kommt man da hoch? Das ist doch schwul hier. Das geht nicht. Doch, ich bin ja auch die ganze Zeit hochgekommen vorhin. Guck. Hm. 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 Ja, hier. Wir kommen hier nicht weiter. Das drückt mich auf. Ich komm nicht mal hoch. Ich kann es mir nicht mal anziehen. Hm. 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 Konnte ich mich an deine. Geckler zeigen? Nein, ich konnte es zu nichts. Nein, geht nicht. Hm. Hm. das geht gar nicht doch du musst auf der stelle genau die fällt auch runter ja aber die geht sofort wieder hoch siehst du geht doch beschwöre mal eine deiner platten ich habe ne idee ich werde auch noch nicht fertig da war ein checkpoint du kannst nicht sterben auch akatsen aber das wird katsch der spieler abkürt wenn ich denke ich habe Wait, man kann ich nur einschweren können, einschweren können, sollte ich mir überhaupt nicht hören. Ich dachte, aber ein Held ist. Sorry, ich hab so eine Erbe von ihm geschafft. Oh Gott, nein! Oh, fucking hell, du dich mit mir! Was ist passiert, was ist das so? Weiß ich nicht. Das mag ich nicht, was ich will einfach. Hab Tür auf! Oh, you fagght nigga! Neeeeee! Die hat mir keinen Sinn, nein, die hat mir keinen Sinn. Ey, ähm, komm her und halt eine der Kisten, die runterfällt, fest, damit ich rüber kann. Aha. Warte. Ah, wups. Ich muss erst meine Skil-Dingel-Dingel reinstellen. als ich könnte das okay so was ist er halt einen davon fest genau ja nein ich kann die nicht halten ich hab gedacht du hältst du bist so scheiße ich wusste nicht dass du so wie der wässer hat mit sofort wird wichtig wird in einem Fall davon vielleicht ist sie die Kapazität an Portales also sagt es versuche ein Adair hat überlebt kann er hat den Körner gebrauchen ja komm her F**ch you! Na gut, ich mein, wir könnten ja auch die Dinger tauschen, ne? Ja, und das bringt mir meine Kiste fest. Warte, warte, ich hab was. Ich mach hier so ein Ding wieder. Nein! Hast du's gesehen? Ja! Okay, warte, warte, ich krieg das hin. F**k! Genius! Ich mein geschwieben, die hab ich ja gar nicht so gerettet. F**k! What the hell? Ich bin ja der Kiste eingeschwört! What the hell? Ja toll, hat dir viel gebracht. Starte vom Chuck Freund neu, der ist direkt hinten dran. Ahem! Aha! Leve Kiste! Aha! So! Warte, ich bin ja der Kiste. Ok, na gut. Ich will das ja einfach machen. Däh! 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 Du schaffst das! Achja, Mann, ich hab übrigens die Skillfoins gesetzt, man muss sie nicht wieder neu sammeln, man wird immer geteilt. WTF, ist mein Hänger? Ist da unten tot? Ja, ich war tot. Ja, doch mal sehen. Ah, fucking Penis! Oh, ja, da unten ist nur tot und sonst nichts. Nein! Toll, können wir das alles nochmal machen. Warum hast du die Kiste einfach losgelassen im Arsch? Nein! Ich wüsste nicht, dass da unten tot ist. Ich hab das nicht gesehen, ich hab das nicht gesehen. Ich muss da einfach weiter. Warte, ich muss hier irgendwie hinstehen. Hinstehen? Warte, warte. Nein, nein, nein! Warum? Weil ich was sehen muss. Oh! Ich muss da jetzt was sehen. Schon hier sieht man nicht. Warte, ich muss das jetzt mal sein. Ja, wenn du dann gehst, dann ist es kaputt. Aber der hat nicht mehr der Absicht, so. Was will ich da machen? Willst du da auch? Ich will da drauf. Aaaaaaah! Tch, tch, tch. Aaaaaaah! Aaaaaaah! What? What the fuck just happened? Adam! Aaaaaaah! Das wird doch nicht so schwer sein. Aaaaaaah! Warte, warte. Komm wieder her, dann roll ich dich auf. Aaaaaah! Aaaaaah! Oh, jetzt kann ich mich noch nicht vermuten. Aaaaaah! 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 Ich würde die Kiste gerne mitnehmen, mal sehen. Hier ist ein Checkpoint, du kannst sterben. Will die Kiste trotzdem mitnehmen? Aaaaaah! Ich hab's jetzt geschafft. Aaaaaah! Aaaaaah! Ja toll, hier ist ein Checkpoint, aber ich spawn trotzdem hier hinten. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaah! Ah, ich hab's geschafft! Warte! Aaaaah! Ah, okay! Hahaha! Prozent Prozent okay ich mach das so das Wort hat er auf der Freude ist das Prozent ich kann das nicht nur einstellen zu sehen was passiert What the fuck? Hast du eigentlich noch Spreiche zum Aufnehmen? Ja, also es nimmt noch auf. Okay. Ja. Ja. Warum geht das kaputt? Ja. Oh, what the? Ah, du... Wait, wait. Ich halte das hier unten, dann kannst du kurz drauf gehen. Checkpoint. Okay. Okay. Ah! Don't do that, du dick! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay. Das ist doch nicht besser! Oh nein! Das ist doch nicht besser! Oh, warte! Aha! Beschütze mich! Oh nein! Ah! Oh nein! Das ist doch so ein Schules Ding! Okay. Schnell! Okay mal! Warte! Oh Gott! Kill them! Kill them all! Save! wenn ich wenn ich da unten sehen könnte weil die nach unten sehen könnte könnte ich sehe nämlich hier oh gott oh gott okay es ist das bestimmt was dann ok ich kann eine vogelscheuche beschweren ja keine ahnung willkommen fremde ihr habt alle fallen für die kobolde hinter euch gebracht ich bin einst war ich königin dieses landes was wisst ihr über diese kobolde die kobolde sind eingefallen sie zerstörten das königreich und der wald verwilderte frau königin wissen sie etwas über eine sprechende blume oder wissen sie warum die pflanzen so wild wachsen ich kann euch mehr verraten aber erst wenn wir das kapitel hinter uns haben wir auf heute weil wir nehmen gleich schon 45 minuten auf das reicht für drei folgen er schlacht ihn und ich sage euch alles ihr könnt alle schätze die ihr findet dann spielen wir starbond der und die ersten umdrucks einladung zum amorten das ist so gut ja gut den teilen das nächste mal sagt tschüss tschüss tschüss